Moin zusammen und willkommen zurück zu Skyvlog, dem jetzt wieder geglter von den Chaos-Extreme von mir. Und jetzt wird grad dunkel, also gehen wir schnell ins Bett und wir haben immer noch Hunger. Wir haben das letzte Mal ja das Spiel verlassen, wo wir nicht viel Hunger hatten. Wir hatten aber noch eine Axt in der Hand und jetzt ist es hell und die Bäume sind weg. Und jetzt möchte ich erst mal wissen, ob Hugo noch da ist. Da ist auf jeden Fall ein Zombie, der verbrannt ist. Okay. Und? Hugo ist weg. War doch so jung. Okay, Hugo ist nicht mehr da. Okay, Hugo ist wirklich nicht mehr da. Schade. Kann doch sein, dass er dann schon weg war, als Chaos aus dem Spiel geladen hat. Manchmal bleiben die Monster noch da, manchmal halt nicht und dann war es halt leider nicht mehr da. Schade eigentlich. Ich bin wirklich lustig geworden. Naja, aber er war bestimmt richtig schön verwirrt, wer den Hugo eigentlich ist. So, was essen wir denn heute? Ich hätte wohl Bock auf einen Fisch und dann noch ein paar Äpfel dazu. Kommt bestimmt gut. So. Jetzt mal den Fisch essen. So. Machen wir uns noch ein paar Äpfel rein. Äpfel sind gesund. Und zack. Gut. So. Dann wollen wir uns mal ganz schnell auf das Dach begeben. Ich nehme mal ein paar Leitern mit. Ihr wollt eigentlich da vorne hin. Ja, ihr wollt das. Ich weiß das ganz genau, dass ihr das wollt. So, genau. Fackeln hatte ich hier letztes Mal gesetzt, weil ja hier ein Kriper drinnen gespawnt war. Warum, weiß der Geier. So. Wir gehen mal aufs Dach. Und das noch nicht vorhandene Dach, oder? Ist doch ein schöner Ausblick von hier. Das muss man doch irgendwie ändern mit dem, dem schwarzen Penübel da oben drauf. Man kann ja oben noch eine Schicht oben drauf machen. Ist ja ausgeleuchtet. Kann eigentlich nicht so viel spawnen. Eigentlich gar nix. Ist nicht da. Kann nix spawnen. Möchten wir mal aufmachen die Zeit. So. Ich mach das jetzt erst einmal hier oben rum wieder. So. Und, ähm, das vielleicht. Ja. Die haben ja momentan hier ja wieder so ein Flachdach. Ähm, Macke sag ich jetzt mal. Man könnte auch... Hallo. Hallo. Ich glaub, die sehen mich. Hi. Okay. Ähm, ich würde überlegen. Obwohl, das kann man nachher auch machen. Ich mach hier erstmal ganz stumpf ein Flachdach. Mit der Luft. So. Ja. Jetzt schließen sie sich dagegen seitlich wieder in der Monsterfarbe. Ich hab's genau gehört. Oh, das ist grad gestorben. Das kann auch sein. Hallo. Ja? Ne, ich seh mich grad. Ich bin doch vielleicht ein bisschen zu weit weg. Das ist doch gut so. Weil ich möchte jetzt nicht durch die kleine Ritze da einen Pfeil an den Kopf kriegen. Oder so. Ritze müssen wir übrigens auch mal zumachen. Und wir müssen übrigens mal die Steine oben abbauen. Wasch nicht. Ja, stimmt. Immer noch nicht gemacht. Ja, genau so würde ich das sagen. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Warte ich eigentlich sagen. So. Wird das Holz reichen? Na? Ich hab den letzten Parten auch so gedacht. Nö, das könnte vielleicht ein bisschen viel sein. Aber da das Lagerhaus doch ein bisschen größer ist. Ähm. Braucht das halt hier oben auch ziemlich viel Baustoff. Jetzt hab ich nix da, um das hier abzubauen. Dann machen wir es eben so. Ähm. Top. Ich hab jetzt beide eingesammelt. Oder ist der rote Quadrant? Ich hab beide eingesammelt. Okay. Okay. Die haben sich beide bei mir eingefunden. Das fühl ich super. Und ich glaub das reicht. Mensch, jetzt wieder eine Menge Holz, die wir hier verbraten haben. Ey, nur für so ein Lagerhaus. Aber es ist ein wichtiges Utensil, das wir auf keinen Fall missen wollen. Weil wir ein bisschen Ordnung hier auch haben wollen. Und nicht immer die ganzen Kisten drum stehen möchten. So, jetzt hab ich mich eingebaut. Jetzt komm ich nicht mehr runter. Moment. Hi. So. Hi. Was geht denn bei euch ab? Ich glaub ihr seid ein bisschen zu viele. Nein, jetzt kommen sie alle in meine Richtung hier. Ich mach mal eben kurz den Stein weg und dann komm ich gleich zu euch. Ja? Müsst ihr eben kurz warten. Na? Da geht's schon wieder los. Ja, da schießen sich wieder alle gegenseitig ab. Wieso ist hier eigentlich ein Loch? Kommt das noch von der letzten Creeper-Explosion oder sowieso? Oh, hi. Na, da ist ja ganz schön viel Zeug hier. Moment. Wir klären das mal eben. Erstmal das hier weg. Jo. Da ist was explodiert. Quatsch. Ich glaube, ähm, da hat irgendjemand, mach mal die Türze, ein paar Aggressionen gehabt, die jetzt mal eben kurz auslieben mussten. So. Wieso haben wir eigentlich hier noch ein Goldschwer drin? Egal, wir nehmen jetzt die Schwerter hier. So. Schauen wir uns mal an, was hier explodiert ist. Die Wand ist explodiert. Wow. Ihr habt doch ne Macke. Ja, weil da oben kein Wasser ist und da oben ist grad ein Creeper explodiert. Okay. War schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, sich da oben hinzustellen. So. Ihr habt alles kaputt gemacht. Blöden Creeper. Wow. Wow. Was macht die hier? Das ist... Das ist echt wow. So. Erstmal hier alles töten. Die kommen mir gar nicht so schnell hin. Die haben alles weggesprägt. Guckt euch das mal an, was die hier gemacht haben. Scheiß Viecher, ey. Wow. Alles kaputt. Geh mal. Dann wieder alles heile machen. Oh, sorry. Ähm. Jede Viecher, ey. Oh. So. Weg mit dir. Weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit euch. Natürlich macht es das jetzt noch weiter kaputt. Äh. Scheiß Viecher, ey. So. So. Oh. Kommt doch runter. Das ist.. Ich stehe hier einfach runter. gerade ein bisschen ungünstig. Alles kaputt gemacht. Sonst mache ich immer alles kaputt. Aber jetzt meinen die wieder alles kaputt zu machen. Das hält seinen Kopf nicht aus. So. Jetzt hätte ich gerne einen anderen Ausschalter. Auf jeden Fall ist es doch was. Oh, guck mal, tut mich. Hi, hi. Hallo, hi. Hi. Hallo. Na, uh, da fliegt Erfahrung. Wow. Okay, das ging schon mal nicht. Ah! Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskommen möchte. Aber tschüss, Creeper. Tschüss, Creeper. Tschüss, Zombies. Tschüss. Wow. Das wird euch mächtig krachen hier. Ja, ich merke das schon. Ja. Ja. So. Haben wir es jetzt? Okay. Ah. Aua. Ich bin gleich tot, übrigens. Ich kann mich auch hier hinstellen, die ganze Zeit. Ah! Ey! Hilfe! What are you doing to me? Scheiß, verdammt, kack, Viecher! Ey! Mann! Moment! Moment! Das machen wir jetzt anders. Ich habe gerade ganz viel Zeug... Wow. Ähm. 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 Es gehört da zwar nicht hin, aber das muss jetzt erstmal so gehen. So. Ich habe ganz viel Zeug verloren, was ich jetzt gerade nicht so toll finde. Ich bin das natürlich wieder ganz falsch angegangen. So. Jetzt muss ich mal eben kurz... Äh. Ne. Das wollte ich doch gar nicht. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte es so. Ich wollte es so. Dann nehmen wir uns mal eben das. Und machen dann einmal so. Ich bin irgendwie Meister darin, die Monster-Farm kaputt zu kriegen, ja? Ich habe das schon... Ich habe das schon gemerkt. So. Ich hätte es gerne in den Spitzhacke. So. Na 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 na. 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 Und genau wegen solchen Sachen hätte ich gerne einen An- und Ausschalter. Oh, seht es euch an. Hey. Freiheit. Freiheit. Ja. Schleiß Monster hin. So. Ich finde das nicht witzig. Hi, Creeper. Oh, da war ich gleich da. So. Da. Und ja, ich wollte noch eine zweite Plattform bauen. Mhm. Oh boy. Oh boy. Das sind wunderschöne Löcher. So. Dann machen wir das doch mal eben mit. Da ist noch einer da hinten. Da ist noch einer da hinten. Ah. So. Hm. Ob ich das überlebe? Ja. Ja. Jep. Hab ich überlebt. Das war genau. Oh, ich bin früh. Darf ich schlafen? Ja, aber ich darf schlafen. Es sind keine Monstern hier. Lass mich schlafen. Bitte 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 lass mich schlafen. Ich hau jetzt so lange auf das Bett. Ein bisschen schlafen darf. Ich möchte nicht schlafen. Warum kann ich nur nachts schlafen? Ich bin auch tagsüber müde. Wir doch. Oh boy. So. Hm. Ein wunderschöner Borken. Hier ein Skyblock. Na, was essen wir denn heute mal? Hm, ich nehme mal zwei Brote. Ich habe gerade voll Bock auf Brötchen. Oh, was ist denn das für ein komischer Sound, den ich da draußen höre? Sind das entweder hier ganz fröhliche Dorfbewohner oder ist das irgendwas komisches? Wow, jetzt habe ich keinen Stein mehr, um mir ein Schwert zu machen. Wow. Ich muss mal eben kurz was haben, womit ich auf die Monster eingekloppen kann. Was ein bisschen mehr Schaden macht. So. 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 Nicht explodieren. Au. So. Weg. 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 So. Weg. So. Weg. Du blöde Hexe. Schau. Weg. Weg. Ja. Weg. Weg, 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 weg Aber noch eben der da, so eine Hexe. So, Hexe, komm her. Ich werde abgeschossen, von wo auch immer. Aua. 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 Jetzt hab ich aber richtig voll die Schnauze voll. Blöde Hexe, komm mal her. Ich hau dich kaputt mit einem kleinen Stein. Und hier irgendwo ist ein Skelett. Hallo, du blödes Viech. Jetzt geh mal weg, du blödes Kackding. Oh, da hab ich noch mein Holz. Das ist ja super. Blöde Hexe, wenn du mich jetzt nochmal triffst, dann kriegst du richtig ein auf die Pürze. Jetzt stirb doch mal, du blödes Viech. So schnell kann ich dich gar nicht schlagen. Hör doch mal auf, wie deine ganzen. Denn Heiltränke zu trinken. Aua. Ich hasse mich. Wie viele Heiltränke hat die eigentlich, die Frau? Aua. 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 Ich triff mich gleich wieder. Ah, hörst du auf. Ich hab ne Karotte. Hör auf, ich hab ne Karotte. Au. Hat jemand ein Glas Milch für mich? Ja, ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen am Arsch. Ganz klein, ein bisschen am Arsch. So. Das ist fahren. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Super, voll viel. Es ist ja nicht so, dass wir auf diese Röder-Monster-Farm angewiesen sind oder sowas. Dass da Zeug raus springt, das wir gerne haben möchten. Nein. Nein, nein. Ist ja nicht so. Ääh. 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 Es dümpelt die ganze Zeit da so eine Hexe drin rum und meint, ja, es voll trollen zu müssen und so. Ich krieg keinen Koppel mehr. Oh doch, ich krieg auch noch Koppel. Irgendwas rumgeflogen? Nein, wow, wie viel wenig Koppel. Und das alles nur, weil ich die Monster ärgern wollte und ein Creeper explodiert ist. Wow, das war so die besteste, 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 was überhaupt passieren konnte. Du bist schuld, du blödes Kack, du Viech. Komm her, komm her, ich hau dich. Ich hau dich kaputt. Ich hau dich kaputt. Habe ich jetzt noch normale Slavis hier drinnen? Ja, ich habe noch welche hier. Moment, so. Da haben wir auch noch welche von. So, jetzt gehen wir mal reparieren. Wir haben meinen Teppich weggemacht. Mein schönes Teppich. Den mache ich eh erst weiterwenden. Ja. So. Da war er ja nicht mehr. Dann, ähm, muss ich eben, äh, wieso habe ich da so viele von gemacht? Ähm, Moment. In den Ecken war das auch so. So. Was ist denn da so viel Stuff rum? Äh, da fehlt einer. Oben drauf fehlt einer. Hier haben wir eben ein bisschen drauf. So, hier fehlt einer. So. Das bohrt mit Zeug drauf, ne? Sieht nicht so gut. Ey. Wolltest du doch da einen haben. Guck mich. Ähm, so. So. Ist das nämlich zu. So, äh, pff. So, ich möchte das jetzt gerne noch so einigermaßen reparieren. Bevor ich den Part beende. Auch wenn ich jetzt da ein bisschen überziehen werde. Aber das ist mir jetzt doch etwas, ne? Wichtiger. Ziehen wir das jetzt auch einmal rum? Ja, wir ziehen das jetzt auch einmal rum. So, ich habe nicht keine mehr. So, mich hier noch schleppig. Wenn wir ihn da hin machen, damit er nicht mehr rausläuft. So, dann können wir das hier nämlich zumachen. Ach, da sollst du hin. Nicht da hin. So. So, da habe ich keine mehr. Die fehlen uns noch. Die normalen fehlen uns jetzt noch. Aber dann ist das schon mal wieder zu. Zumindest auf der Seite. Auf der Seite sieht das ja nicht so toll aus. Äh, äh. Äh. I'm the best. I'm the very best. Ich bin meistens darin, alles kaputt zu kriegen. Jetzt habe ich die ganzen Dinger gebraucht. Für... So, ich packe jetzt das, äh, Holz hier rein. So. Das packe ich dann hier rein. So, da bringe ich doch eben das Gunpowder nach oben. Genau deswegen sollte man solche Sachen nicht machen. Nein. So, ich werde mich jetzt ganz weit davon entfernen. Ja. Mich da hinten hinstellen. Ja, man wird so viel Hunger. So, werde jetzt die Tür zumachen. So, mich hier hinstellen. Kann nix passieren. Die Hexe ist immer noch da. Gut. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich bin fertig. Ich bin nerviger. Ich will auch noch andere Sachen machen, als die ganze Zeit die Monster waren zu reparieren. Warum sparen hier keine Tittenfische? Meine Frisse. Okay. Gut. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich diesen Part. Ja. Und beim nächsten Mal auf jeden Fall beim Chaos vorbeischauen. Und danach sehen wir uns dann wieder hier bei mir, wo wir dann das Ding da reparieren. Mal wieder. Also, tschüss. Und bis dann.